Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2070 mit dem Alphawolf, Daumenjagd und einer kackspassierten Katze, die bei mir auf dem Hof auf den Schoß hockt. Kater! Kater, Katze, ist mir doch wurscht. Rasse, Katze. Geschlecht, Kater. Ich habe keine Ahnung, wo wir beim letzten mal stehen geblieben sind, weißt du das noch? Du wolltest irgendwas machen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich gucke mal eine unserer Folgen rein. Du wolltest dann irgendwas denken. Hast du die letzte Anno-Folge schon hochgeladen? Ja. Das stimmt ja, Folge 50. Die, die jetzt online gegangen ist. Moment, ich muss mal eben am Ende des Videos gucken. Du wolltest irgendwas mit M, das war irgendwas mit M, sonst weiß ich noch. Molekular irgendwas heißt. Warte. Warte. So, das ist das. 100 Tonnen Rohan. Woran haben wir denn? Okay, habs. 42 Tonnen sinkend. Wir sind dann mal am Einkaufen. Daniel? Ja? Das hat mal überhaupt nichts mit M zu tun. Korallenbrüter. Okay, habs. 42 Tonnen sinkend. Wir sind dann mal am Einkaufen. Daniel? Ja? Das hat mal überhaupt nichts mit M zu tun. Korallenbrüter. So, da haben wir sie schon, die Korallenbrüter. Da habe ich auch schon angefangen. Aber trotzdem, hat was mit M zu tun. Ich war mir so sicher. Ja. Das kenne ich auch sehr gut, aber diesmal eben nicht. Diesmal lagen wir dann beide falsch. Apropos, wir hatten ja letztens mal gesagt, von wegen, wir machen Ruhrpott zur Lagerinsel. Hatte ich sowieso eigentlich mal vor, dass alle Handelsrunden zu sagen, nach Ruhrpott laufen, dann zu den drei Hauptinseln sich verteilen. So als zentraler Sammlungspunkt. Ja, dann hat man vor allem da auch immer einen Puffer noch auf der Insel, ne? Jetzt fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Was haben wir getan? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben keine Ahnung. Ah, ich musste noch irgendwas zu Thorns Arche bringen. Wir müssen uns von wegen 6 Taxen mitbringen. Wir sind jetzt aber anders nochmal. 6 Taxen, mach mal keine Faxen. So, da habe ich mir extra die München für geholt. Jetzt weiß ich es wieder. Oh, so Rufus Thorn. Und du machst noch einen Auftrag für David, du musst auch noch irgendwas bringen. Laborinstrumente und... Den Auftrag kann ich nicht machen. Hast du nicht genug? Ich glaube doch, ich könnte ihn machen, aber... Da muss ich von Soren die ganze Zeit die Laborinstrumente klauen. Ich baue nur 13 Tonnen Laborinstrumente? Hallo, Laborinstrumente, da ist die Produktion unter... ...unter dem Verbrauch. Und die sind auch nur gesperrt für die Genies. Ja genau, deshalb habe ich die gesperrt. ...ausbaufähig. Ah, komm mal die Klappe. Hat diese Typen gemäts schon auf den Sack. Hier hinten gammelt immer noch unsere Kolossesflotte ab. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob alles gerade gut lief hier. Ne, lief eigentlich alles gerade, glaube ich, supi. 1a. Ich meinte, ich brauche die ja die Korallen für irgendetwas. Das war für Neuroimplantate, äh, nicht Neuroimplantate, Immunpräparate. Ah, wo hatte ich denn die Produktion jetzt aufgebaut? Hier auf Neon. Hast du eine Lithiumsförderanlage? Jupp. Oder? Moment, ich muss kurz gucken. Nein, ich hab Platin. Na okay, dann brauchst du das nicht. Okay, dann war das schon. Wofür brauchst du denn Lithium? Nein, ich war gerade nur im Gucken. Wofür hast du Lithium? Nein, nach ähm... Wofür? Halt doch mal die Fresse. Ähm... Bla 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 bla. Äh, hier bei vorn nach, äh, Items und sowas. Ich gucke einfach gerade mal durch. Aber die Zeit läuft. Kupfersonde, Kampfdrohne... Achtung! Produktionsstillstand! Battle Drone! Na, Fischerei kommt in die Fresse. Ich hab lieber eine Überproduktion an Fisch, ne? Was kann ich die Rektorin Baines berichten? Gar nichts. Dass du impotent bist, genau. Sie laufen ja zu Höchstform auf. Die Mitte Rotporeblätter. Zuckerrüben. Das ist halt so ne... Improvisierter Ölzersetzer. Haben die hier nur Scheiße mal gebaut? Stimmt. Wer in meinem Schammelsorium an Waren schöbern will... Hat jetzt nicht... Stimmt. Vielleicht sollte ich ja nochmal ein bisschen forschen. Dann kriegen wir die Devs auch endlich mal zusammen. Was brauchen wir denn? Ach, ich mach einfach Grundlagenforschungen. Ähm, Produktionsgebäude, Ökobilanz oder Energieerzeugung? Sag eins von den... Von den dreien Sachen. Einfach. Äh, mach mal Energieerzeugung. Okay, also einmal Energieerzeugung. Und das zweite? Keine Ahnung, so tue was aus. Okay, Produktionsgebäude. Entwickeln. Zwölf Minuten. Und hier 24 Minuten. Das hat uns jetzt einiges gekostet. Einmal 20.000 und... Moment mal, hat der es jetzt gestartet oder nicht? Ja, hatte. Und das andere hat 10.000 gekostet. Also 30.000 insgesamt weg. Junge, guck auf unser Geld. Das kann uns am Arsch vorbeigehen. Stimmt. Das steht an. Das ist mittlerweile nur noch Kleingeld. Guck mal hier noch. Ne. Selbstorganisierender mechanischer Assistent. Was ist denn mit dem Scheiß? Energieversorgung mangelhaft. Gebrauchen. Reitschaftsstrom. Rumpf. Instandhaltungskit. Oh, guck mal hier ist ein Allwünscher-Anion-Katalysator. Den hole ich mal direkt. Können wir immer gebrauchen, ne? Ja. Das stimmt. Vor allem, weil zum Beispiel hier oben auf Äquil... Äquilibrium. Ja, kann man auch noch mal eins bauen, dann könnte man die Windkraftwerke abreißen. Guck dir jetzt mal auf Neon die Produktion für die Neuro- äh, Immunpräparate an. Diesmal richtig groß. Äh, wo ist denn fix meine Werft hin? Wo ist meine Tycoon-Werft hin? Ah, hier. Hierzu. Nein, dir höre ich nicht zu. 16 Tonnen Bautzeln. Ich bin wichtig. Mir fehlen 2 Tonnen Bautzeln am Arsch. Ich muss doch irgendwas abreißen können, um 2 Tonnen Bautzeln zu bekommen. Irgendwas Unwichtiges. Davy, ich hasse dich für diesen Auftrag. Warum? Ja, weil ich meinen Forschern die Neuro-Implantate wegnehmen muss und mit denen habe ich eh eine Unterproduktion fast. Ich brauche noch ein Containerschiff. Die München ist mit allem mit den Scheiß beschäftigt an der Ort. Wo ist die München überhaupt schon wieder? Ja, die fährt grad runter. Ja, genau, die fährt grad runter zum, ähm, zur Fat Lady. Alter, Soren ist so vollgestopft. Erhöht die Produktivität des Atomkraftwerks auf einer Insel. Energieproduktion plus 15. Ah, das kommt also mit Ergebnissen. Genau das Resultat, was ich vorher ausgerechnet habe. Lass mal kaufen. Was denn? Schneller Brutreaktor. Mhm. Dann haben wir 15% mehr Energie aus dem AKW. Wow. Apropos AKW. 15% bei 500, also schon einiges, glaube ich. Kannst du nochmal Service-Ports erforschen? Vor uns selber, dass wir wieder welche auf Lager haben. Wir haben doch schon wieder eigentlich welche. Wo? Ich hab hier drei auf, ich hab hier drei auf Kord rumhampeln, aber die holst du ja nicht ab. Ja, ich krieg's gleich noch, äh, wir haben hier noch in allen Wünschen einen Katalysator. Bravo. Ja, ich wollte trotzdem nochmal ein. Und das fucking Schiff ist immer noch nicht fertig. So die Kacke. Guck, ich glaub ich mal direkt nochmal nach Motor-Upgrades überall rum. Dann muss ich hier das Ding nämlich direkt auf. Sind wieder ein paar Raritäten dabei. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen von Uropod-Bauzellen klauen. Hier, Hilfsantrieb. Das ist nicht schlecht. So. So, dann komm ich einmal kurz bei Chor vorbei. Ah, okay. Dann nennen wir die direkt Nürnberg. Dann kann ich die wirklich nicht so sehneinhalten. München und Nürnberg. Klick mal auf der, auf den, auf den, ich will mir jetzt nicht sicher, ob ich Nürnberg richtig geschrieben hab. Wo ist denn das Drecksding? Direkt vor Duplex. Direkt vor Duplex. Ja. Ja gut. Warnung. Produktion gestabbt. Oh, Lager voll. Oh, das führt ja gar keine Straße zu dem. Tsss. Abwohl, ne doch. Führt eine Straße hin. Dann ist ein Lager voll mit Kalkstein. Was machst Du überhaupt mit Kalkstein auf der Inself Core? Ich hab's für Glas gebenötigt. Und Beton. Ja, 16 Tonnen Uran, wie voran. Woran haben wir jetzt mittlerweile mal langsam? 81 Tonnen. Mist. Es fehlt noch ein bisschen was zur dritten Atom-Rakete. Und dann fang ich gleich an mit der Nürnberg die ganzen Insel drumherum zu besiedeln, ne? Ich schnapp mir die jetzt mal und packe die jetzt mal voll mit Werkzeug und Bauzellen. So, von der Leicester. So, jetzt müsste München Core sein. So, dann laden wir den Iron-Internation-Katalysator aus und laden die 3 Service-Bots ein. Sonst noch was, irgendwas? Was ist das denn? Schmutzwasserpumpe. Leitwarten-Upgrade brauch' ich nicht. Was? Warte, was? Leitwaren-Upgrade? Oh Gott! Ja, das war's im untersten Feld, nur ich weiß nicht. Schau, dass ich nochmal so ganz, ganz seltene Dinger erforschen kann, ne? Für die Arche meine ich. Uh, man kann sogar Seeminen legen. Kann man erforschen. Guckt man hier anscheinend auf den Chip und dann kann man Seeminen legen. Loll. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Oh, die Konvo. Wo, wo? Da. Ja, ich hätte jetzt einfach das Mikro abschalten können, hab' ich aber nicht getan. Und, ähm... Du solltest... Ha, verwirrend. Dieses Leitwaren-Upgrade, das hab' ich für dich produziert. Schon vergessen? Ey, jetzt klopft's an der Tür! Diesmal war'n's Topflappen. So, also dieses Leitwaren-Upgrade war extra für dich produziert, damit du's weißt. Da hatte ich dich sogar extra gefragt, was du brauchst. Oh mein Gott, dieses Hafenbecken vor. Alles, da ist viel zu klein. Vielleicht solltest du die Fischereihütten auch mal woanders aufbauen. Da sind die nämlich völlig fehl am Platz in der Aufbruch. Wir sind doch voll im Weg. Alter! Hast du da viele gehabt? Ich hab' dir gedacht, dass du ziemlich ins sind alle abgerissen, ne? Ja, ich weiß. Und ich hab's gesehen. So, ich brauch' jetzt dann gleich dringend Werkzeug. So. 16 Tonnen Uran, die fahr'n wir jetzt. 95 Tonnen, es fehlen nur noch 5 Tonnen. So. Zur wievielten Atomrakete? Zur dritten. Jetzt liefert das Atomkraftwerk 575 Energie. Bravo. Schon mal ein bisschen mehr, ne? Scheiße, wir müssen ja jede... Ach, noch so kleine Insel besiedeln. Oh Mann. Tja. Du hast das eingestellt, nicht ich. Energieversorgung mangelhaft. Bei mir. Immer noch. Kann ich nur noch so ein Teil hinsetzen? Da. Eigentlich müsste ich nur noch die östlichen Küsten blockieren, ne? Dass er da nicht mehr bauen kann. Dann mach. Toll. Energieversorgung mangelhaft. Gott. Ja, warte. Auf der einen Seite hat das gleich ein Ende. Oh. Und mit Erfolg hat's auch ein Ende. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.